So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Sparex. Wir machen weiter ohne große Worte mit Donkey Kong Country Returns. Auf geht's. Klapperschienen, na das gefällt mir ja doch wieder, wenn da sofort Schienen drin vorkommen. Jawohl, dann machen wir doch einfach mal ganz fröhlich, feucht weiter hier. Und pusten den Scheiß aus dem Scheiß, whatever. Gib mir das, denn ich brauch den hier. Ich weiß nicht, irgendwie, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn ich, egal. Ich dachte, wäre jetzt so, 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 so. Ne? Mehr Stuff und so. Nein, hört zu Bollern. So ist gut. Ups, genau so. Okay, läuft. Das war eine ganz Frustration, die ich in der letzten Welt hatte. Erinnere mich noch daran, was ich gelesen habe. Und zwar, dass es erst... Yeah, jetzt geht mir auch. Scheiße, ich kann mit dem Ding nicht springen, alles klar. Habe ich halt... Nein! Also auch hieran merkt man, ich bin nicht Multitasking-fähig. Sprechen und zocken läuft nicht bei mir. Aber ich tue es trotzdem. Warum? Weil es einfach so ist. So. Selbes Spiel nochmal. Ops, jetzt stimm mal nach. Rückflogen. So. Kommt ja mal ein bisschen mehr Gas hier. Nein, zu weit. Das sieht... Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen verdächtig aus. So. Feuer! Puts, puts. Pats, pets. Jawoll. Jetzt versuche ich aber mal, keine Scheiße zu bauen. Also für viele, die das nicht wissen und so. Ich mache das ja alles hier mit Absicht, weil... Wäre ein langweiliges Let's Play, wenn alles gut laufen würde, nicht wahr? Oh, meine, 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 meine wunderbaren Bonus-Stages hier. Na, werde ich den hier auch verkacken? Das weiß niemand. Bis jetzt schaut noch alles gut aus. Oh! Jawoll. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Auch wenn ich gerade, äh, äh, total dämlich gestorben bin. Okay, ich mag das nicht. So. Aber ich bin mir sicher, meine Laune wird sich irgendwann nochmal verschlechtern. Bei diesem blöden Spiel. Ups. So. Wow, das war knapp. Okay. Warum bin ich gesprungen? Warum, 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 warum? Das ist nicht... Egal, Laune ist immer noch gut, Laune ist in oben. Laune läuft. Ich habe zwar keinen, keinen, keinen Dilikong. Aber das ist hier eh egal. Denn ich sterbe eh mit einer Berührung hier. Nein, mit zwei. So. So, schießen wir jetzt auch immer mal ganz... Wir schauen weiter hier. Ganz locker, ganz locker, ganz locker, ganz locker, jump. Oh Gott. Ah, 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 ah. What the fuck? Läuft immer noch. Meine Laune ist... ...leicht angeknickst, mein Stolz verletzt. Aber ist egal. Das läuft schon irgendwie. So. Oh Gott. Oh Gott. Ne, ich fass es nicht auf den Buchstaben. Ganz ehrlich. Ich kriege überhaupt keine Lust gerade drauf. Oh mein Gott. Oh, what the fuck? Ach komm, ach komm, ach komm, ach komm, ach komm. Meine Laune ist immer noch gut. Wenn ich mir gerade die beste, aber... Scheiße, nochmal, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Oh mein Gott, ey. Ey, das Spiel, das macht doch keine Kompromisse. Gar nichts, ey. Ich hoffe, ihr hört die epische Musik gerade im Hintergrund. Oh mein Gott. Oh. 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 Yay. Yay. Und das wäre dann geschafft. Herrlich. Und das in nur knapp 6 Minuten. Gut. Ja. Blöde Höhle. So. Auf geht's. Nächstes Level. Ich könnte... Ja gut. Was mache ich da jetzt? Klammeraffenfahrt oder eine bombige Fahrt? Ich glaube, die Bombe zieht mich ein bisschen mehr an. Ich kann ja gleich nochmal hier die Affenfahrt machen. Gucken. Ob die so affig ist. Okidoki. So. Also ich habe schon mal meine Welt gefunden, die ich absolut hasse. Mit diesem verdammten Schienenkacke. Boah, ne. Egal, weiter geht's. Jawohl. Hat doch funktioniert. Warum... Warum bin ich da gesprungen? Da ist ein Fall nach unten. Und ich springe. Dann stelle ich mich zu doof. Spring ich. Das darf mir mal bitte einer erklären. Boah, mein Gott. Oh, what? Egal. 30 Versuche noch. Also 30 Leben. Das geht noch alles. Ist noch alles drin. So. Na guck mal. Den Anfang beherrsche ich doch schon mal. Kann der nur... Kann der nur noch besser werden. Oh, was? Wie soll ich denn da rüberkommen, wenn ich nicht springen darf? Willst du mich verarschen? Ja, toll. Mit kleinen Jumps. Das krieg ich mich schon wieder auf hier, ey. Nichtsdestotrotz, meine Laune immer noch unbesiegbar. Gut. Boah, ey. Unfassbar. Unfucking fassbar, ey. So, jetzt dubt die Schweinebacke. So, ist gut. Awesome. Gott, verflucht. Ich spiel lieber Sonic the Hedgehog auf 360, anstelle hier so irgendwas zu machen, ey. Boah. Das mit Sonic war ein Scherz. Nie wieder rühre ich dieses Kack-Game an. Ich bevorzuge lieber Kai zu Mario, anstelle jetzt hier, äh... Sonic! Fuck! Boah, ey. Was willst du, wenn ich jetzt Plus drücke? Super-Assistent aktivieren, Super-Kong erscheinen und zeigt dir, wie man den Level durchspielt. Äh... Nein! Wie lächerlich ist das denn bitte? Super-Kong. Super-Kong-My-Ass. Ist doch lächerlich, wenn ich das hier nicht schaffe. Aber so ein Checkpoint wäre jetzt nicht schlecht. Checkpoint! Fuck you, man! Nein, ich will kein Super-Kong! Boah, ey. Okay. Ich hab... Ich hab nach unten gedrückt gehalten! Ich krieg gleich... Ey, ich krieg gleich so ein... So ein... So ein... So ein... So ein Raster hier, ey. Boah. Boah. Okay. Oh mein Gott. Checkpoint. Du Wichser! Du verkackte Drecks-Mauwurft-Fotze! Gott! Gut, äh, äh, ich wende den Party mal, bevor ich sonst noch, äh, 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 ne, über die Zeit strenge und, äh... Ja! Wir sehen uns dann bei meinem verdammten nächsten Teil! Bis gleich, oder so. tow, äh, ooo... Vielen Dank.